Jetzt geht's jetzt gleich wieder los. Okay. Nein! Scheiße! Okay. Ah. Okay. Okay. Eine Granate schon mal für den Bastard verbraucht. Okay. Jetzt geht's weiter. Hallo. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin weg. Tschüss. Okay. 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 Wo ist mein Freund der Licker? Ja, 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 brenne, du Penner, brenne. Gleich nochmal. Ist noch einer? Ja, da sind zwei. Ja, willst du mich denn verarschen? Zwei Licker. Lauf! Oh. Gleich nachladen. Das! Oh. Okay. Okay. Und jetzt? Sehr nice. Richtig nice. Oh, diese Waffe ist echt gut. Okay. Das war's. Rüben ist noch eine. Aber die kann mir egal sein. Murf. Okay, alles klar. Murf. Diese Seite. Und benutzen. Sehr schön. Und benutzen. Okay. Welche Munition habe ich da denn rein? Das ist ja seltsam. Egal. Hauptsache. Hauptsache ich kann damit ein Zombie. One-Hit erledigen. Meine Güte. Ist das eine geile Waffe? Sehr schön. Sehr schön. Alles klar. Wo ist der Kühlraum? Ach, natürlich stehst du wieder auf, du hässlicher Zombie. Ähm. Ja. Natürlich stehst du auf, Zombie. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben fünf neue Nachrichten. Ah, okay. Fünf neue Nachrichten. Oh. Okay. Das waren die fünf neuen Nachrichten. Und du stehst auf. Nein. Aber dann stehst du auf, sobald ich das Ding gekühlt habe. Ach. Schutzanzug brauche ich jetzt sicherlich nicht mehr. Verdammt. Hätte meinen Parker einpacken sollen. Oh. Oh. Okay. Gibt es hier irgendetwas? Ah. Bevor ich dich da reinschiebe, suche ich schnell noch den Raum. Zombie. Der bestimmt gleich aufsteht, sobald ich das Ding aktiviert habe. Okay. Dann rein damit. Rein mit der Probe. Rein mit der Probe. Das war geil. Der Durchgefühl. So. sehr schön jetzt muss ich mich nur beeilen wahrscheinlich sonst taut es auf ich darf mich nicht zu lange aufhalten jetzt so war es beim alten ok steh auf nein stehst du nicht hatte habe ich alles okay ja ich habe alles alles klar und weg warte wo ich nicht warte bevor ich jetzt wieder gehe war ich noch nicht in dem server raum zombies alle tot liquor alle tot ok ein messer kann ich nicht mitnehmen das muss ich gleich kombinieren und macht granaten daraus super bandgranaten scheiße ich kann nichts mehr mitnehmen da doch könnte warte moment habe ich irgendwo eine einzelne scheiße guck mal was da ist guck mal was da ist idiot verstaunt verstaunt okay verstaunt das toll ist echt gut aber dafür brauche ich die munition ne verstaunt ich nehme trotzdem meine richtige pistole mit patronen sind jetzt sind hallo messer verband pistolen munition wo ist die denn jetzt mp um ist es eigentlich so weh es sind 55 schuss da so ok wieder verstauen ist denn dieser diese system es ist diese munition wahrscheinlich das ist die nicht echt nur fünf schutz mit der zwei schuss noch spare ich die mir wenn ich irgendwo unbedingt rein muss oder so ok ok das auch noch mit zack und verstauen kann hier speichern speicher hier nicht habe ich jetzt alles noch nicht das messer noch das messer er gibt mir das messer ok ich könnte speicher aber hier muss doch noch warte hier gibt es keine farbband das ist schon unfair dass hier kein farbband gibt extra in den server raum reingelaufen extra hier alle liquor und alles getötet was es nur ging und dann gibt es ja nicht mal egal aber moment ich habe die waffe nicht ausgerüstet doch habe ich es war ok zwölf schuss was ach gott das ist ja hier ne das ist alles voll mit das ist voll mit zombies da laufe ich nicht nochmal durch kann auch ganz normal zurückgehen so wie ich reingekommen bin das ist sogar vielleicht viel besser die leiter nach oben hoffentlich stehen da jetzt keine davor ok naja mach euch jetzt gleich alle platt ihr scheißviecher ah jetzt 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 liebe freunde da ist es machts gut lösung wird zerstört jawoll verreckt ihr viecher drecksviecher so viel zum thema unkrautbefall naja warnung sie haben ohne genehmigung eine gefährliche lösung zerstäubt ihre taten werden aufgezeichnet und sie müssen sich etwa in disziplinarmaßnahmen unterziehen ah stehen aber jetzt nicht nochmal auf ah natürlich stehen sie wieder auf na klar stehen die wieder auf na klar ok ja kombinieren ok ok jetzt habe ich ein problem nein ich nehme lieber granate besser ah 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 einer weniger ah 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 wo kommt der denn her ah 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 schnell raus schnell schnell raus ah Gott ah ah diese drecksviecher ah 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 ich habe es geschafft oh mein Gott ich habe es geschafft ich habe es geschafft das muss ich jetzt speichern haye ah ah wobei vielleichthend ich jetzt über die Brücke gae dann find ich wieder ein Farbband und dann habe ich das Farbband umsonst verbraucht und Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Okay. Ich nehme mal das. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Du. Oh Gott. Fuck. Du willst mich doch verarschen. Ich gehe hier raus. Hier ist niemand. Okay. Nein, nein. Ich muss schnell das Antivirus finden. Was liegt da? Eine Kassette. Okay. Die kann ich wieder angucken. Hier ist es passiert. Hier ist es passiert. Hier hat sich Dr. Byrne wahrscheinlich infiziert. Hier ist alles ausgebrochen. Mal gucken, was gibt es hier. Medikamente. Eine Pflanze. Wieder mal eine Giftpflanze. Nichts. Nichts. Auch nichts. Kiste. Okay, dann kann ich die Giftpflanze da reinpacken. Komischerweise habe ich noch immer nicht, bin ich nicht einmal vergiftet worden. Okay. Okay. Okay, OSS. Alles klar. Versuchen. OSS. Ah ja. Das ist das erste. Okay. aber und rein damit weiß nicht ob ich das teil noch braucht dann brauche ich nicht mehr also rein damit und die videokassette rein damit jetzt kommt das richtige video das ist mein lebenswerk gar nichts wir haben unsere befehle dr bärchen ich sag's nur noch einmal was zum teufel sollte das wir hatten befehl in leben zu fassen wir sind drin so doch es gab widerstand wir mussten die zielperson ausschalten korrekt roger nur die proben also abmarsch ja und dann kam sie und hat ihn infiziert war schon das ziel über das wird eingestellt ja so war das nur normalerweise im retro ding ist hier die frau noch da steht daneben während er erschossen wird hier jetzt nicht okay hier gibt es noch irgendwas schau dich um claire scheint es noch irgendwas zu geben vielleicht doch bei dem hier ja eine granate das war's soll ich speichern es gibt ja gar kein speicherpunkt ne brauch ich sowieso nicht schrank hier irgendwas ist nichts also leute ich weiß nicht ich glaube ich gehe erst speichern sonst nachher darf ich wieder da runter und alles alles nochmal mit dem pflanzen machen und so speicher lieber ich gehe erst speichern lauf nochmal zurück das ist mir zu heikel ich habe keinen bock das nochmal mit den pflanzen zu machen das war mein letzter speicherpunkt aber egal das war mein letzter speicherpunkt aber egal außerhalb hier ja letzter speicherpunkt hier public